Die eine Ursache für Harnblasenkrebs ist Rauchen und ist in nahezu 95 Prozent der Fälle für das Entstehen von Harnblasenkrebs verantwortlich. Das klassische Symptom von Blasenkrebs ist die Makrohämaturie. Makrohämaturie heißt sichtbar Blut im Urin. Das ist das Symptom, was den Patienten zum niedergelassenen Hausarzt und dann zum Urologen veranlasst. Harnblasenkrebs wird in der Regel vom niedergelassenen Urologen mithilfe einer Blasenspiegelung diagnostiziert. Diese kann flexibel mit einem flexiblen Endoskop oder mit einem starren Endoskop durchgeführt werden. Zusätzlich wird der obere Harntrakt, das heißt die Nieren und die beidseitigen Harnleiter mithilfe einer Computertomographie abgeklärt. Die Behandlung von Blasenkrebs unterscheidet sich in oberflächlichen Blasenkrebs und fortgeschrittenen Harnblasenkrebs. Die Behandlung des oberflächlichen Harnblasenkrebses erfolgt über eine Resektion des Tumors und eine Installation eines Chemotherapeutikums in die Harnblase über die Harnröhre. Das sogenannte muskelinvasive oder fortgeschrittene Harnblasenkarzinom muss in der Regel mit einer Operation und einer Chemotherapie, die davor oder danach durchgeführt wird, behandelt werden. Die Behandlung des oberflächlichen Harnblasenkrebs